Guten Tag, ich muss mal hier gerade. Hi, also, ich spiele gerade eine Testversion von Minecraft. Ich kenne Minecraft gerade, also ich weiß, grob ja, aber nie gespielt, kein Let's Play davon gesehen, gar nichts. Ich bin ein voller Noob, okay? Ähm, egal. Und es gab eine Testversion und da habe ich mir so gedacht, weißt du was? Bevor du jetzt hier irgendein Spiel kaufst, spielst du das einfach mal. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt damit mache. Was mache ich hier gerade? Wer ist die? Du bist eine Kuh. Achso, ja, meine Welt heißt Cheesecake Factory. Suche einen Baum, um Holz zu sammeln. Wo haben wir einen Baum? Baum. Da ist ein Baum. Hä? Mache ich das richtig? Hä? Warte mal. Brauche ich hier eine... Warte mal, haben die... Hat man nicht immer so ein komisches Ding? Hä? Ich mache das voll falsch. Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hä? Ich habe irgendwo so ein... Du bist ein schwarzes Schaf. Oh, Entschuldigung! Entschuldigung, Entschuldigung. Das war keine Absicht. So, hier habe ich ein Blümchen. Das mache ich mal auch kaputt. Äh, ich habe zwei Blüben. Okay, ich haue jetzt einfach alles nieder. Immer wieder. Was mache ich denn eigentlich? Muss ich irgendein... Ich muss einen Baum suchen. Aber der wollte ja nicht irgendwie kaputt gehen. Und ha. Ich bin... Freelich. So. Ha, ha, ha. Ha. Ha, ha. Ha. War da ein Fisch? Nein. Ah. Muss ich das jetzt so lange machen, bis ich hier... Hä? Du kannst gerne Dinge tun, ja? Hä, das will doch nicht. Das geht nicht. Das Spiel ist buggy. Ich habe nur einen Plan. Ich habe... Ich habe... Keine Ahnung, was ich... Tue. Hä? Habe ich jetzt Holz? Das wird mir ja zumindest da nicht angezeigt. Da ist ein Huhn. Samen, Löwenzahn? Löwenzahn? Samen? Okay. Hi. Ah. Ja, wir gehen unser Weg. Ähm. Also, es ist... Ich dachte, die Dinger haben immer so ein komisches Ding. Ähm. Ich bin gefährlich. Ich habe nämlich Zeugs. So. Damit... Damit wird's gehen. Überhaupt nicht. Es klappt gar nicht. Spüre mein... Spüre mein Löwenzahn. Ich werde dich sowas von verhauen. Ich habe keine Ahnung. Weißt du? Das Ding ist, das... Das läuft alles hier auf Zeit. Ich werde jetzt wahrscheinlich, ähm... Null weiterkommen, weil ich einfach nicht... Ich raffe, wie ich das mit mache. Fuck. Oh, was... Was habe ich jetzt getan? Ausrüstung. Oh, Halsschwert. Äh? Ich glaube, dafür brauche ich was. Warte. Was ist das? Aber wie kriege ich das denn hin? Einfach draufhauen? Weil sie die ganze Zeit vorbei... Zehn Stunden später. Ich will... Äh... Samen. Spüre meinen Samen. Spüre meine Faust. Hier fliegen doch als Holzstückchen ab. Das ist alles so komisch. Ich habe übrigens alles auf sehr leicht eingestellt, ja. Aus Gründen, die du wahrscheinlich gerade siehst. Wenn mich irgendwo etwas angreifst, soll ich die dann mit meinem Samen verhauen, oder? Hülfenzahn! Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so schwer ist. Echt jetzt? Vielleicht ist Weiß leichter. Ah! Ah! Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur... Ich brauche Löwenzahn. Kann ich irgendwie... Ich habe meinen Löwenzahn. Okay, warte. Kann ich hier... Kann ich... Hier, komm. Mach mal ein Ding. Nee. Äh... Hm. Ein Heuschwert. Wieso nicht? Da ist ein trauriges Blümchen. So. Das nehme ich mir auch. Ich verstehe hier gerade gar nichts. Jetzt mal ohne Witz. Soll ich da einfach... Ich kann euch das hier in die ganze Zeit oben stehen und da raufhauen, bis das kaputt geht. Da ist ein Schwein. Schwein. Und blaue Blumen. Du bist voll süß. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Es grunzt. So. Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es echt nicht. Du kannst mir nicht sagen, dass das richtig ist. Hä? Immerhin habe ich einen Samen. Ich verstehe das nicht. Kann hier bitte irgendwo Holz rumliegen? Was ist das denn? Da schwebt was. Aua. So. Oh mein Gott! Das Ding hat Nacht. Ah. Nein. Gib mir Holz. Hä, das kannst du mir doch erzählen, dass ich die ganze Zeit auf so ein Ding drauf holen muss. Hä? Es ist so seltsam. Was bist du denn? Was bist du? Ah. Was bist du? Hä, da war das? Du hast mir auf jeden Fall was Gutes getan. Hä? Und das nächste Mal hau ich die für meinen Samen. Was bist du denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? 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 Spür mein Samen. Spür mein Samen. Spür mein Samen. ne? Ich brauche mich etwas sehen und habe��. Ah. Aber letztendlich habe ich das richtig und glaube durch den Fall zusammen... Ich tue schon wieder. Ah! Oh, was ist das denn? Was ist das? Ah! Und Schiss. Ah! Was bist du? Oh Gott, es knurrt hinter mir. Geht mir doch einfach alle aus dem Weg. Was ist das denn hier? Ihr kriegt es gleich mit meinem Samen zu tun. Was? 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 Oh Gott. Scheiße. Ich kann erst hier sterben. Nein! Nein! Ah! Der hat da was. Man guckt gerade verliebt. Er liebt mich. Was war das? Okay. Okay. Okay, warte mal. Ich würde gerne... Kann ich das nicht? Und was ist hiermit? Oh! Ich habe keinen Samen. Das war ein Endermann. Ihr könnt mir gar nichts! Nein! Warum? Hey! Es explodieren die! Ich meine, so kriege ich Sachen. Aber... Das ist glaube ich nicht Sinn der Sache. Ah! Was war das? Schau mal, wenigstens... Oh, scheiße. Schau mal, wenigstens ist... Hä? Was warst du denn? Okay, warte mal. Es tut mir leid. Ich muss friedlich machen. Spiel fortsetzt. Sind wir alle friedlich? Okay. Ich wollte ja noch... Was ist das denn? Was ist das denn? Eine Mistkabel... Gabel... Da ist noch eine. Hey! Da ist noch einer! Hä? Das ist weg! Toll, aber jetzt... Habe ich kein... Dinger mehr, die... Diese... Diese... Äh... Explosiven Dinger. Aber hier unten... Habe ich... Kodkrümel. Warte mal. Ich bin kacktischarf. Du bist ja nett, ne? Määä. So, gibt's hier noch irgendetwas? So. 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 Ähm. Ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, nicht sehr gut in diesem Spiel. Ich... Weiß ja nicht. Ich... Ich... Aber... Das ist so. Hä? Wieso... Ich kann dir nix hauen. Ich kann dir nix hauen. Da ist ein Schaf. Ein schwarzes Schaf. Das ist ja... Äh... Wieso kann ich nix hauen? Was ist... Ich kann dir gar nix hauen. Das ist echt so. Ist das, weil ich jetzt, ähm, Abenteuer gemacht habe? Aber dann machen wir überleben. Ich bin wieder da. So. Ähm. So. Kann ich jetzt wieder Sachen hauen? Ja. Hä? Und das wird immer noch nicht. Kann... Ich hab doch jetzt hier dieses Ding. Kann ich da jetzt was tun? Warte mal. Warte mal. Da. Was kann ich mit Erde machen? Nee, da. Dafür brauche ich wahrscheinlich auch Holz. Holz. Was zur Hölle? Erde. 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 Oh. Oh. Ich kann doch hier kein... Eisbutterbrustpalette. Was? Äh. Äh. Ich kann hier gar nix tun. Ich kann hier gar nix tun. Das ist jetzt nicht so in der Sache gewesen, dass ich jetzt die ganze Zeit hier noch... Wieso will ich es nicht? Was mache ich falsch? Wie kann ich das denn nicht testen? Ich kann das nicht testen. Ich kann es nicht testen. Ich... Ich kann nix testen, was nicht gehen will. Was sich nicht testbar macht. So, warte mal. Da haben wir doch jetzt... Ja. So. Wir gehen jetzt mal da hoch. Ansonsten muss ich diesen komischen, äh... Dinger da nehmen. Die, ähm... Seltsamerweise, irgendwie bei mir explodieren. Die sehen... Also die explodieren, wenn sie mich sehen. Das ist ja echt herrlich. Äh. Mit meinem Samen hacke ich Holz. Das ist doch eine Zündersache, oder? Verstehe ich das Spiel nicht? Ist es das? Das kann doch nicht sein. Ich komme neu voran. Einmal habe ich nicht mal Erde. Entfernen. Das geht... Woh Para. Inst erläutert. Ach. Okay.